wir haben noch zeit ich würde sagen wir laufen jetzt einfach mit der barriere so richtung hügel und passen auf dass neun gegner ich sehe jetzt nicht genau alter schwede man stirbt doch endlich mal ja ich kann gerade nicht schießen ich muss noch weiter drei gegner schießt auf mich das schießt auf mich ich habe ihn wenn ich denke ich linke seite ist ja ich sehe nichts wegen diesem blöden gras hier er ist rechts hält du dir mal im auge ich gucke hier ich sehe hier vorne noch einen schießt auf mich drei gegner ich weiß wo noch einer ist der ist hier unten bei den roten häuser noch und der typ weiß wo ich bin ein push zu dir ich schieße auf ihn zwei hits hat mich hat eine shotgun zwei gegner wenn ja jetzt so ziemlich genau wissen wo ich bin die frage ist ob die noch im selben team sind ja das ist die frage genau ich weiß nicht der der sieht ziemlich solo aus so wie er gepusht ist und so die frauen auf dem hügel die sind zusammen ne eine gute granate ich hab verkackt naja wir gehen wobei er ist in der dings gestorben wirklich er ist in der saune gestorben what the fuck ich wollte nämlich schon sagen auf dem letzten schuss war ich nicht drauf aber trotzdem 10 kills mit einer explosion Ja, nehmt.